Ich freue mich sehr auf das nächste Gespräch, denn wir dürfen jetzt über das wichtige Thema Geld sprechen. Und da gibt es auch einiges zu besprechen. Und dazu begrüße ich jetzt neben mir Niklas Friedenreich. Hallo Niklas. Hallo Alessa, freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass wir über das Thema Geld sprechen können. Wie ist es denn deiner Meinung nach, ist es heute schwieriger, mehr Geld zu haben als früher? Ja, das ist natürlich eine ausgezeichnete Frage. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es schwieriger ist. Es ist letztlich nur so, dass sich in den vergangenen Jahren viel an der Preisstabilität in Deutschland natürlich geändert hat. Wir sprechen jetzt gerade von Inflationswerten letzten Dezember von 5,3, 5,1 Prozent. Inflation, das ist natürlich erstmal ein großer Brocken, wenn man jetzt doch dazu sieht, dass auch Immobilienpreise natürlich immer weiter steigen. Dann ist es heute vielleicht nicht unbedingt schwieriger, das Geld an sich zu verdienen, aber Vermögenswerte zu schaffen. Das heißt also, weil du es gerade auch mit den Immobilien angesprochen hast, der Traum ist ja von vielen ein eigenes Eigenheim. Man ist in einem Haus groß geworden, man möchte das selber auch schaffen. Was für Schwierigkeiten hat man da heutzutage? Genau. Also da ist es natürlich so, gerade ich arbeite natürlich viel mit jungen Menschen auch zusammen, wo auch natürlich das Eigenheim eine Vision ist, die dann doch irgendwo erfüllt werden soll. Die Familie am besten so, das Ziel ist immer so auf dem Land leben, großes Einfamilienhaus mit großem Garten. Aber tatsächlich ist man hier immer schnell, sage ich jetzt auch mal beim Vermögensziel von einem Millionen eigentlich, mit dem man schon rechnen muss heutzutage. Und das ist vielen vielleicht noch gar nicht so bewusst, die vielleicht auch, sage ich jetzt mal, aus dem Elternhaus kommen, die das ähnlich gehabt haben. Und da fällt es dann letztlich auf, dass okay, die Eltern haben das geschafft, damals vielleicht noch für 300.000 das Einfamilienhaus gekauft. Ich kenne es selbst, ich komme ursprünglich auch aus der ländlichen Region, wo das vor zehn Jahren eigentlich auch noch so übliche Preise waren. Was aber heutzutage einfach extrem schwer zu realisieren ist. Und wenn dann dazu auch noch kommt, ja, dass man dann noch, sage ich jetzt mal, spezielle Wünsche hat. Man möchte jetzt nicht nur das Standard, ja, ich möchte ein Haus haben, sondern ich möchte vielleicht auch eine Doppelgarage etc. Solche Sachen haben. Dann kann das schon schwer sein, wenn man dann nicht von Anfang an, sage ich jetzt mal, einen Plan hat, wie man das erreichen kann. Und genau da unterstützt du. Was machst du denn konkret? Genau. Also letztlich arbeiten wir da mit einem Fünf- bis Sechs-Schritte-Prozess, sage ich jetzt mal, wo wir wirklich darauf eingehen. Das Ganze beginnt im ersten Schritt erstmal mit einem Kennenlernprozess. Ist mir die Person sympathisch, bin ich der Person natürlich auch sympathisch. Kommen wir einfach miteinander klar und genau, passt das grundsätzlich. Und wenn das erfüllt ist, dann kommen wir in der Regel auch schon direkt zum zweiten Schritt. Das ist dann eine Finanzanalyse. Das bedeutet, wir schauen uns wirklich die Situation des Haushalts oder dieser Person genau an. Wenn es eine Partnerin oder Partner gibt, dann schauen wir uns die natürlich auch mit an. In der Regel sind das dann auch, sage ich jetzt mal, Ziele, die man gemeinsam miteinander bespricht natürlich. Kommen auch teilweise ganz interessante Sachen raus. Das glaube ich. Wenn man die Partnerin oder der Partner eine komplett andere Ansicht hat. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und dann merkt man auch direkt, okay, wie passt das zusammen und was können wir letztlich daraus machen. Genau, wenn die Finanzanalyse, sage ich jetzt erstmal so abgeschlossen ist, dann dauert es so fünf bis sieben Tage, die ich einfach mal zur Auswertung brauche. Da muss man dann auch gar nichts machen. Einfach nur abwarten und freuen, sage ich immer. Und ja, letztlich nach diesen sieben Tagen setzen wir uns dann wieder zusammen und besprechen dann letztlich die Auswertung. Also wir erstellen da wirklich auch tatsächlich ein Gutachten, was die komplette Situation im Finanzbereich und auch in unserem Sozialsystem, das wir hier in Deutschland ja haben, genau beleuchtet und eben auch auf Förderungen eingeht, auf Absicherungsrisiken, was ist relevant, was ist vielleicht nicht relevant. Aber jetzt auch zum Beispiel gerade spannendes Thema, zum Beispiel Energiepreise, Gaskosten, die ja gerade am explodieren sind durch die Ukraine-Krise, wenn man so bezeichnen möchte. Und das ist eben einfach Punkte, die wir da eben genauer beleuchten, wo wir dann durchgehen, okay, können wir hier Kosten rausholen, können wir hier Kosten senken und was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Der nächste Schritt ist dann letztlich, dass wir uns auch natürlich um allgemein das Vermögensaufbau anschneiden erstmal, beziehungsweise uns um die Alters Einkommenssicherung zu kümmern. Und letztlich ist es so, ich meine, jedem ist es, glaube ich, heutzutage auch bewusst, dass wer nichts tut, der wird im Alter ein Problem haben. Unser Rentensystem wird hier letztlich früher oder später an die Grenzen kommen. Die letzte große Bearbeitung, sage ich jetzt mal, wo wirklich die Regierung mal etwas an dem Rentensystem gemacht hat, war, glaube ich, im Jahr 2004, 2005. Jetzt gab es so eine kleine Reform und wir waren damals tatsächlich kurz davor, dass das Rentensystem kollabiert wäre. So, jetzt hat die Bundesregierung gesagt, das geht natürlich nicht, deswegen machen wir jetzt hier so einen kleinen Trick. Ja, die Rente wird nicht mehr vorschüssig, sondern im Nachhinein gezahlt. Das Ganze hat letztlich einen Monat natürlich eingebracht. Letztlich könnte man bezeichnen, dass das eigentlich ein Taschenspielertrick war, aber so hat die Regierung damals beschlossen. Und seitdem hat sich tatsächlich niemand mehr getraut, das Thema anzufassen, dass es sich jetzt ändern wird. Wann muss ich denn anfangen, mich wirklich um das Thema Finanzen, Absicherung zu kümmern? Ja, der beste Tag ist natürlich, wenn es die Eltern bei der Geburt gemacht haben. Der zweitbeste ist dann, wenn man natürlich selbst entscheiden kann. Viele, sage ich jetzt mal, natürlich liegt es auch daran, wenn es die Eltern nicht wissen, dann können die das natürlich nicht machen. Bei mir war es genauso. Also, letztlich liegt dann die Verantwortung natürlich, ja, der beste Tag war gestern, der zweitbeste Tag ist heute mit dem Anfang. Wie mache ich das als junger Mensch? Also, wo muss ich investieren? Genau, da beginnt letztlich schon mal der Punkt. Viele denken immer, man muss direkt wo investieren. Ich sage, das Ganze sollte erst mal noch zwei, drei Schritte vorher beginnen, dass man sich erst mal überlegt, okay, was möchte ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Ziel? Weil, wenn man jetzt direkt mit dem Investieren anfängt, dann verliert man auch ganz schnell, Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere, dass man sagt, okay, ja, gut, jetzt investiere ich da rein. Aber jetzt kommt irgendwie vielleicht auch ein Urlaub dazu oder es kommt irgendeine spezielle Ausgabe. Waschmaschine geht kaputt, das Übliche. Und dann braucht man letztlich Geld und wenn man dann letztlich an sein Investment ran muss, dann kann es jetzt auch sein, dass vielleicht gerade der Markt ein bisschen eingebrochen ist. Und dann hat man auch ganz schnell das Problem, dass man dann Verlust gemacht hat und dann heißt es, oh Gott, ich investiere nie wieder, da verliert man nur. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also letztlich, was sollte man als erstes machen? Ja, sich darum zu kümmern oder zu überlegen, was ist das Ziel? Was möchte ich eigentlich? Und darauf basierend dann wirklich überlegen, okay, auch mal rechnen, was ist nötig, um auf das Ergebnis zu kommen? In welcher Form kannst du da unterstützen? Genau. Ausgezeichnete Frage. Wir letztlich, beziehungsweise ich muss ein bisschen anders ausruhen, ideal ist es natürlich, wenn man wirklich, also ich arbeite hauptsächlich mit Menschen zwischen 20 und 30 Jahren zusammen, sage ich jetzt mal, die befinden sich häufig in dieser Situation, dass sie eben in das Berufsleben starten. Und hier ist es ganz interessant, wenn man eben dann direkt hier zusammenkommt, dass wir uns dann eben wirklich gleich von Anfang an Gedanken machen, wohin muss ich? Das heißt, man spart schon mal unglaublich viel Zeit. Man spart auch viel Geld im Sinne von Fehlinvestitionen vielleicht auch. Man lernt erst mal, wie muss ich überhaupt mit Geld so grundsätzlich umgehen, damit das Ganze so passt. Und ja, dann begleiten wir eben langfristig unsere Mandanten eben dahingehend, dass sie ihre Ziele erreichen. Also es ist wirklich auch eine langfristige Zusammenarbeit, nicht dieses, ja, ich bin jetzt mal da und höre mir das mal an. Nein, das ist wirklich eine Zusammenarbeit eben. Und unser Ziel ist es eben, dass wir gemeinsam auch erfolgreich das Ganze aufbauen. Und jetzt hast du auch nicht nur, dass man dich persönlich trifft, sondern du hast ja auch online was aufgebaut. Erzähl mal darüber ein bisschen mehr, bitte. Genau, das Ganze befindet sich jetzt noch im Ausbau. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich die besten Resultate tatsächlich dann habe, wenn meine Mandanten auch schon so grob, sage ich jetzt mal, die Ziele wissen. Natürlich können wir das auch gemeinsam aufbauen. Ich sage jetzt aber, wenn natürlich schon so ein Grundfundament da ist, dann funktioniert das Ganze noch viel besser, weil ich sehe das Ganze natürlich immer aus meiner Sicht. Wenn jetzt der Mandant da aber schon selbst sich, sage ich jetzt mal, reingelesen, informiert hat, dann kann er auch mehr dazu aus eigener Perspektive sagen. Und dann synergiert das mehr und dann wird das Ergebnis noch besser. Und um das zu erreichen, habe ich mir überlegt, einen Grundlagenkurs letztlich zu machen. Der wird vermutlich dann auch der Im-Frieden-Reich-Werden-Kurs heißen, sprechend meines Namens. Genau, und dort geht es letztlich wirklich um diese finanziellen Grundlagen, damit man eben schon mal ein Vorwissen hat und dann eben auch viel schneller in die Umsetzung kommen kann. Ja, wunderbar. Was ist denn so deine Erfahrung, gerade mit den, du hast gesagt, du betreust 20- bis 30-Jährige. Wie gut ist denn da die Finanzbildung? Tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich glaube auch, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Ich habe auch ein komplettes Spektrum von Student, Masterstudent, sogar einen Doktor dabei, Rechtsanwälte bis auch derjenige, der gerade aus der Ausbildung raus ist und noch nicht wirklich einen Plan hat, was als nächstes eigentlich ansteht. Tatsächlich ist es aber ein Grundsatz so, dass die Finanzbildung in Deutschland sehr bescheiden gegenüber anderen Ländern auch ist, muss man tatsächlich auch so sagen. Letztlich liegt das auch an unserem Bildungssystem irgendwo. Es wird sehr wenig beleuchtet, sowohl in der Schule als auch im privaten Umkreis, jetzt auch nicht wirklich. Und wenn die Eltern jetzt nicht gerade irgendwie in der Branche arbeiten oder vielleicht irgendwie Erfahrung, Sonstiges damit haben, dann tut man sich hier als junger Mensch extrem schwer, irgendwie über Finanzen eigentlich sich weiterzubilden und das zu erfahren. Ja, und vor allem dieser Grundsatz, einfach das Geld auf dem Konto sparen, das funktioniert ja heute auch nicht mehr mit Strafzinsen. Was ist so deine Erfahrung, was sollte man wirklich alles machen? Richtig, genau. Strafzinsen sind ein sehr guter Punkt. Wir haben jetzt heute teilweise schon Banken, die bei 25.000 auf dem Konto schon die ersten Strafzinsen verlangen, andere sind auch bei 50.000. Ich bin jetzt gespannt, ob das nicht auch noch runtergesetzt wird. Genau, zusätzlich kommt natürlich auch die Inflation, die da mit reinspielt. Das heißt, wir haben Strafzinsen, wir haben Inflation. Da geht schon mal einiges ab, sage ich jetzt mal, wenn man das Ganze so liegen lässt. Und jetzt ist eben der Punkt, wenn man da etwas dagegen machen möchte oder das angehen kann, dann kann man gerade diese Inflation auch für sich nutzen. Und ich habe auch Mandanten, da haben wir jetzt mit Steuerhebeln gearbeitet und das ist ein super spannendes Thema, wo dann die Inflation quasi mit in die Rendite reinfließt. Dazu kommen dann auch Förderungen, Steuervorteile, die man da alles ergänzen kann. Und plötzlich sind diese ganzen negativen Sachen, die man hier auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite plötzlich positiv geworden. Wunderbar. Das finde ich einfach super, wenn das auch, also jeder, der das für sich erkannt hat, der strahlt auch dann immer, geht mit einem Strahlen raus. Und also ich habe tatsächlich auch einen Mandanten, der ist jetzt die ganze Zeit eigentlich nur am Jubeln. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre hier zu Assam gearbeitet. Und wo alle anderen sich beklagt haben, oh nein, Corona, jetzt Inflation und Kurzarbeitergeld etc., hat er durch eben die entsprechenden Schritte, die wir durchgegangen sind, letztlich nur profitiert und hat jetzt Renditen von, ja, ich darf jetzt keine Zahl sagen, aber sehr gute Renditen auf jeden Fall erwirtschaftet, die entsprechend happy gestimmt haben. Wunderbar. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich in dem besagten Alter bin, zwischen 20 und 30, sagst du zum einen, ich muss mich unbedingt mit Finanzen auseinandersetzen. Was ist der zweite Schritt? Genau, also auseinandersetzen, da scheitern schon mal die meisten dran. Deswegen definitiv schon mal großen Respekt für jeden, der das von sich aus schon mal getan hat. Und der nächste Schritt ist dann natürlich auch in die Umsetzung zu kommen, weil letztlich nur das auseinandersetzen, ich habe das Wissen, aber ich setze es nicht um, das bringt tatsächlich dann nicht wirklich das Ergebnis. Und da ist es auch tatsächlich so, dass der Knackpunkt oft tatsächlich der Mut ist. Man hat sich jetzt vielleicht reingelesen und so und man denkt, ja, okay, das klingt gut, wenn ich möchte, dann kann ich das ja machen. Aber dann ist es ja, wenn ich möchte, so. Und was hindert einen jetzt letztlich daran? Und häufig ist es eben dann auch so, dass man wirklich sagt, okay, das klingt zwar alles super, aber irgendwie traue ich mich das noch nicht. Das sind jetzt so, man fühlt sich noch nicht so wohl damit. Das ist auch ein Grund, warum ich dich diesen Online-Kurs ins Leben rufen möchte, damit man einfach hier mit auch merkt, okay, man muss sich hier auch selbst weiterentwickeln. Nur weil man das Wissen hat und nur weil man vielleicht das Geld auf dem Konto hat, heißt das noch nicht, dass man daraus Vermögen aufbauen kann. Perfekt, also auf jeden Fall mit dir in Kontakt treten. Niklas Friedenreich, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und dieses wichtige Thema angesprochen hast. Hat mich sehr gefreut.